Flup, flup, flie, flam und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge of Sessions Creed 4. Wir haben gerade in der letzten Folge noch ein paar Schätze und sowas abgeräumt, sind einem Taifun mehrmals entkommen, der irgendwie vor uns zickzack gemacht hat. Und jetzt geht's gegen das Vor, was wir hier in der Nähe haben. Wir sind gerade so aus dem Radius raus, also sollte es uns nicht da hinten sehen muss. Und da geht's jetzt dagegen, bevor wir den Piraten uns holen und dann zum Hauptquest weitermachen. Oh Mensch, was hat man denn da? Das hole ich mir natürlich gleich. Der will der Stress. So, wer wollte da gerade Stress? Okay. Anscheinend hat sich das anders überlegt, das ist ein Glück. Wollen wir mal schauen, wie gut der Mörser gegen das Vor wirklich ist. Schön, dass sie so gut gelaunt sind. Okay, jetzt so anscheinend. Vielleicht komm ich... Feuer! Und noch einmal, los! Mörser! Feuer! Oh, oh, das ist uncool. Mörser! Und noch einmal! Juhu! Der ist echt stark langsam. Feuer! Feuer! Und jetzt ist die Verbundheit! So, den kommt da hinten weg. Mörder auch schnell weg. Macht das Spaß? Alter Schwede, wir haben das vor innerhalb von... ...nicht mal noch Milite besiegt. Leute, ich würde ganz gerne... Da kommt nicht mehr so auf uns zu. Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Komm schon, Baby! Ich glaube, wir haben 500 Meter Reichweite. Feuer! 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 Nicht als Salzwasser! Wow! Ja, haha, haha, haha. Und getroffen, sir! Ich hattest... Ich hattest... ...einfach mitgenommen... ...ach du Scheiße... ...auch du Scheiße... ...alter Schwede... ...wum... ...dreif du drüber, fertig. Alter Schwede... ...ir wette haken los... das habe ich auch noch nicht gehabt das wisst ihr ja natürlich aber also ich bin einfach bumm rüber fertig Mist so ok und rüber 2 Shatter stirb doch einfach so wir auch noch komm hier aber wie greifst du nicht? das ist auch meiner jetzt machen meine Leute in Ruhe so am Tag und nach so einfach so wunderschön dann holen wir uns auch schnell das fort jetzt krass wie schnell wir das fort einfach mal ein Blatt gemacht haben Flupflupflupflupf fertig da war es nicht so wir willkommen Holzmedailstoffkugeln Mörsergeschoss Kenboys 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 Vorteil aufnehmen den Aufnehmen Oh schon wieder ach ja so dann sägeln wir mal zum vor gerade wo ich anlegen muss ach da hinten ok noch sehr ungeallistisch eigentlich dass die Schiffe auf der Stelle drehen können ich weiß nicht wie das früher war aber ich glaub nicht dass das so geht auf der Stelle drehen können weil wir brauchen den gewissen Fahrt und rüber mit uns Wunderprächtig die Leute sind natürlich nächstes wieder da obwohl wir als erster von Bord gegangen sind so so nachladen ich darf einfach mal weiter und gucke mal dass wir die Leute finden so so wo sind sie das war keiner von denen boah fuck so hoch mit uns irgendwo hier muss doch der erste Gegner sein so wunderschön da ist der erste gewesen wir müssen aber noch welche sein ich glaube wir müssen die Flacke jetzt nur noch holen oder ach so wir müssen nur noch hierher okay das ist ein kleines fort anscheinend so Tür öffnen hallo baby flippen das 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 geht ja übelst einfach fort fertig ausgeraubt fertig so möchte ich ihm fort ausrauben wunderprächtig so so jungs was ist das denn seht ihr Leute wir wollten doch mal zu einem legendären Schiff das mir wurde gesagt von einem ja ich werde sehr oft gespoiler bei dem spiel es geht schon los ne früher nie gespoilert mittlerweile lustig ständig gespoilert von irgendjemandem Ich will mir jetzt mal mit euch das nächste Schiff angucken und ich glaube, die, die das Schiff kennen, werden sich sicher abfeiern und darüber, dass ich jetzt da hinsehe und wahrscheinlich sterbe. Ich habe auch nur negatives Tuba erfahren, dass die sehr stark sein sollen. Und bis jetzt hat noch keiner meiner Freunde das Schiff down gekriegt. Nur so mal schauen, wie das ist. Also die, die das spielen. So, da wollen wir mal schauen. Ich bin gespannt, was das sein soll. Legendäres Schiff. Ich bin echt ernsthaft gerade gespannt, was das sein wird. Es wird gerade Nacht, da macht sich der Kampf noch besser. Oh, ne, Moment, ich wollte gerade schauen, was wir so dabei haben. Noch sehen wir es nicht. Legendäres Schiffe, Legenschaften, Fahrende. What the? Das sind zwei. Ich will mehr so drauf gehen, jetzt. Die werden einfach machen. Die werden jetzt einfach... Sie haben uns entdeckt. Ach, du Scheiße. Sogar mit kleinem Intro. Ich soll die aber auch sagen, Aufstellung, wir haben was zu tun. Uhuhu. Ich weiß, dass sie zu stark sind, aber es macht voll Spaß gerade. Alter, wie schnell sind die? Alter, Schwede, wie schnell sind die, bitte. Das geht ja mal gar nicht da. Oh, oh, oh. Alter. Das ist andere. Oh mein Gott. Die haben eine Geschwindigkeit drauf. Das ist ja abnormal. Boah. Krass. Krass, 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 krass. Gebt den Befehl, scher. Feuer, Feuer. Oh, 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 oh. Alter. Boah. Jetzt weiß ich, warum die Dinger legendär heißen. Ach, du meine Güte. Ja, gut. Kein Wunder, dass meine Kumpels... Was, schon wieder? Nein. Bin ich schon wieder hier? Kräftig, ich sag dir, Kräftig. Hä? Bin ich schon wieder hier? Ja, das sind die Spielstufe. Ich fahr aber mal davon. Davon, sag ich. Davon. Davon, 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 davon. Nein. Nein, wieso? Das kann doch nicht sein. Sie fahren direkt auf uns zu. Die sind uns überlegen. Das weiß ich auch. Bewegung, ihr Rad. Angst vor Kriegsschiffen. Das gibt sie hier. Wir sind die übelst der gefürchteten Pirat. Mittlerweile schon. Und rennt weg vor Kriegsschiffen. Weil Angst. Und wir können nicht mal schnell fahren. Lass mich in Ruhe. Das ist ein legendäres Schiff. Vor allem ein legendäres Schiff. Da stehen ja gleich zwei davon, ey. Du hättest ja mit einem Stück über das Problem haben. Mit zwei gleich. Ach du Schade. Die kommen näher. Ach du Meningen. Die kommen näher. Ja. Ja. Los. Geschmählichkeit. Ich verbrauche die Mählichkeit. Oh mein Gott. Die holen auch auf. Das gibt es nicht. Ah. Das gibt es echt nicht. Die holen uns ein. Nein. 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 Ich bin weg hier. Man merkt. Ich bin absolut der Kämpfer. Die Kämpfer. Ich bin absolut die Kämpfer Natur. Das merkt man einfach nur. Okay. Alter Schwede. Warte mal, wenn sie es gibt, verlieren sie den Fortschritt im Kampf gegen dieses Schiff. Ja, ja. Der Fortschritt, den verliere ich gerne. Der ist mir nicht unbedingt fortschrittmäßig haftig. Oh, da sehe ich gerade einen Hammer. Der muss mir jagen. Los, verschwindet endlich Schiffe. Die verfolgen uns zu schnell, wetten. Ja. Woo. Wir sind in den Kommen. Hier gibt es gutes Fleisch zum Harponieren. Yo, mach mal. Oh, Alter. Ey, das ist mal. Die machen wir auf jeden Fall noch blatt. Das sage ich euch. Die legendaren Schiff. 10.000 Real. Was für Muskeln. Was für ein Mann. Und was für ein Hammerheil. Ich sehe ihn. Sicher das Seil. Woohoo. Festhalten, Männer. Sehr gut. Wir haben ja mittlerweile ein besserer Harpon. War das in... Der ist getroffen. Seil gerissen, Käpt'n. Ey. Augen auf, Jungs. Achtung, Steuerbord voraus. Der Seilabstand. Ja. Und das haben wir. Krass, ey. Ja, wirklich für jede Heiler Animation. Das ist so geil. Und da hießen wir das Monster. Okay, jetzt doch. Ist immer noch so geil. Was für ein Fangcapt'n. Okay, gut. Dann gucken wir mal ganz kurz rein. Katsch ins Menü. Herstellung. Herstellung. Buckelwahl. Jaguar. Ah, wir waren zwei. Okay, zwei Hammerhaie. Ja, wir haben bestimmt noch mal einen finden. Und da hinten sehe ich gerade einen weiteren Verfolger. Der anscheinend viel Spaß darauf hat, auf uns zuzuhalten. Mit dem Spaß nehme ich ihn mal. So, komm her, Süße. Und wir rammen es mal. So gut wie fertig. Okay, wir haben es halt so. Flup. So, da haben wir das Schiff auch schon erledigt. Das ging schnell. Rum das Ding. Aber ohne, bis die legendären Schiffe sehen wir mal voll episch aus. Schön wäre es, wenn man so eins dann hätte er im Endeffekt. Das ging gar nicht. Die ganzen Zeit, wirst du die großen Schiffe, du segelst die locker drumherum, weil die können ja nicht mit mir mithalten. Und dann kommt so ein Schiff. Fuck, ich mach dich tot. Okay, wo ist die Munitionskiste? Ich sehe sie. Komm schon. So, und rüber bin ich. Los, los, los. Ich hab noch abgeworfen. Ich hab abgewehrt. Hallo. Oh, das geht doch gar nicht. Ich fähre die ganze Zeit ab. Das ging nicht so gut. Ja, was ist denn das jetzt hier? Ja, dann nimm dir doch den Typ am Boden. Blöde. Das gibt's nicht. Der trifft dir keinen. Ja, Käpt'n, Käpt'n, Käpt'n Edward. Alter, jetzt belegt man eigentlich mal einen um. Wer gibt's doch? Käpt'n Edward, zwei Leute besiegt. Wow. Wir sind die Besten, der Schlechtesten. Juhu. Auf jeden Fall. Los, hier, Randlatten. Randlatten. Oh, not bad. Nicht Landratten, sondern Randlatten. Los, hier, Randlatten. den Airports-Flotte aufnehmen. Jo. Na dann. Meine lieben Freunde. Bis morgen. Und dann holen wir uns. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Mach ich. Bis morgen. Tschüss.